Die Verkäuferin hatte recht. Bis auf die Eisdiele, oder sollte ich besser sagen Eiswagen, und einem kleinen Springbrunnen gibt es hier nicht viel zu sehen. Sie wünschen? Ich hätte gerne drei Kugeln. Einmal Erdbeere, Vanille und Schokolade. Das macht dann drei Euro. Oh, drei Euro. Hm, die Blumenverkäuferin hat es tatsächlich gewusst. Sagen Sie mir nicht, Sie haben Ihr Geld daheim vergessen? Nö, hier sind die drei Euro. Sehen Sie? Hier, nehmen Sie Ihr Eis. Danke. Igitt. Das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Ekelhaft.